hallo liebe leute und herzlich willkommen zurück bei dragon age inquisition 3 nein moment dragon age inquisition so und jetzt flagge sehr schön eine weitere feste in unserer hand befreier und schafft freigeschaltet okay inquisitor mir kommt früh wir sind kaum eine woche hier ich habe gerade eine patrouille draußen einige der männer haben in der gegend dunkle brut gesehen die venatori haben sich zurückgezogen aber unsere kundschafter wissen noch nicht wohin wir haben uns hier ganz gut verschanzt aber die wasserversorgung der festung ist problematisch das sorgt für verzögerungen okay umgehend männer dafür abstellen wasserversorgungsprobleme erzählt mir von euch das war alles reden wir über die dunkle brut zuerst mal wasserversorgung inwiefern ist die wasserversorgung problematisch der brunnen der festung ist verseucht weil diese verdammten venatori leichen hineingeworfen haben in der nähe gibt es zwar eine oase aber dort haust ein waagist der uns bis jetzt recht erfolgreich von der oase fernhält vier soldaten sind seinen klauen und seinem gift schon zum opfer gefallen wir werden verstärkung brauchen um das biest zu vertreiben das machen wir reden wir über die dunkle brut was könnt ihr mir über die dunkle brut in dieser gegend erzählen die dunkle brut scheint sich zu regen seit wir die festung in besitz genommen haben ich habe die truppen angewiesen sie nur anzugreifen wenn es absolut nötig ist wir brauchen keine verderbnis in unseren rängen wir müssen herausfinden aus welchem loch diese monster gekrochen sind und es versiegeln ja gib mir einen lagerbericht genau also schön hauptmann wie ist die lage an den westgarten ich habe späher in die rot lyrium mine geschickt die ihr zerstört habt ich denke bis auf weiteres kommt niemand in diese höhle okay erzählt mir von euch wir kennen uns noch nicht oder wie ist euer name soldat wo habt ihr gedient ich bitte um verzeihung inquisitor hauptmann rylan zu euren diensten ich war bei den templern in starcaven stationiert bis sie alle in die hügel rannten und den mond einheulten als mir dann kommandant kallen eine stellung anbot war ich froh helfen zu können diesen wahnsinn zu beenden sehr schön sehr schön was sind eure aufgaben woher kennt ihr kallen und ihr seid nicht gegangen und gefällt euch eure arbeit was sind eure aufgaben welche aufgaben habt ihr hier hauptmann ich bin kommandant kallens stellvertreter als solcher bin ich für die logistik viele unserer riskanteren einsätze verantwortlich außerdem koordiniere ich die berichte unserer feldagenten aha 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 und gefällt euch eure arbeit wie behandelt euch die inquisition bis jetzt hauptmann ich kann nicht klagen manchmal ist meine arbeit ziemlich verrückt aber ich bin immer froh wenn ich mich nützlich machen kann inquisitor es gibt immer etwas zu reparieren oder abzustützen und um die wasserversorgung muss ich schließlich auch jemand kümmern gut gut ähm woher kennt ihr kallen woher kennt ihr kallen wenn ihr in starcaven stationiert wart nachdem kirkwall explodiert war schickte starcaven unterstützung große teile der stadt waren unter schutt begraben viele leute waren obdachlos oder in eingestürzten gebäuden verschüttet ich koordinierte damals die bergungs bemühungen und traf kallen als er versuchte den traurigen rest der templar von kirkwall zu befehligen okay ihr seid nicht gegangen ihr wolltet die kirche nicht verlassen wie der rest eures ordens heilige pflichten sind schön und gut aber ab und an muss jemand die wirkliche arbeit erledigen wenn die kaserne brennt hole ich wasser anstatt herumzustehen und die asche der ketzerei zu bezichtigen ich wollte euch nicht zu nahe treten inquisitor kein problem kein problem nur zu selbst ist der mann oder die frau oder der mensch ich kann da nur zustimmen wenn etwas brennt wird es gelöscht und nicht daneben dran stehen und sagen naa warum ok aha aha jeden nütze ok momentan wie hier gruppe wechseln und so rüstung herstellen ich finde immer noch dass die scheiße aussieht und die die haben wir unter wenigen an das ist der gewaltige unterschied seht ihr seht ihr und das ist eine stufe 4a rüstung deshalb äh stufe 3 deshalb mehr sachen drin die würde ich gerne machen ok was haben wir sonst noch so haben wir nicht irgendetwas das wächstes erhalten also paar schöne stiefel ein paar schöne handschuhe aber nicht gerade viele gut das ist tränke können wir tränke aufwerten nein ok tränke rüsten oder warte gut dann haben wir hier noch paar andere tränke heilender nebel bla 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 gut also unsere waffe ist die momentan diese hier dann gibt es noch andere sachen muss auch eine bessere waffe für kassandra finden ach ja es war der schild des grauen wächters sieht schick aus eigentlich und noch keine stufe 3 dämonentöter ruhen ich glaube ich habe die hier ja man macht zusätzlichen schaden an dämonen gut hat er etwas zu sagen hat er etwas zu sagen gib mir ein lagerbericht das war alles sei gut guter guter man bis jetzt er hat mich noch nicht enttäuscht die haben jetzt so blachen drüber gestülpt damit die sonne nicht die ganze zeit drauf knallt keine schlechte idee nette ansprache mein herr gut was haben wir sehr gut blündern all das wird verkauft denn ich glaube es ist alles level 10 oder so aber wir haben jetzt noch gut also gut ihr findet sogar du glaubst nicht dass es hier spurt oder trotz allem sch verdammt wollt ihr hören was sie sagen ich habe alles was ihr für einen lautlosen mord braucht inquisitor umtauscht ausgeschlossen lautlosen mord ok wir verkaufen zuerst mal alles was wir nicht brauchen ich glaube der klinge sieht schon geil aus stufe 13 aber was wichtiger ist hat sie pläne nein gut dann werden wir sachen verkaufen zuerst einmal aha keine rune keine rune das stumm hat ruhen ok gut also meisterhaft und so weiter und so fort und wieviel schatten macht es 97 ok ich war richard doll ok ohne der verderbnis aha gut so also mhm mhm dreischneidiger doll also durchgriff aha aha gut moment und sowie kontrollieren war das nein das ok ohne der verderbnis ohne der verderbnis sonst nichts sturm hatte was aber die hier nicht ja meine alte waffe starbte starbte leere muß noch genauer anschauen wo ist das hier antivarische das hier oder ja schneider der vergeltung gut ok ja kommandanten des templat das war das hier gut kann verkauft werden was haben wir hier kann verkauft werden schrecken eisener bulle sollte ich geben das behalten wir noch kann weg hm stufe 8 resistenz gegen feuerkälte verteidigung gegen magie muss mir das genau anschauen und hier die grauen elixiergürtel das bedeutet ein zusätzlicher elixier nein hinter barriere durchdrehen das können wir gebrauchen ok der rest gut so was bleibt es nur eine gewisse zeitlang offen oder wie ok ärger mit der dunklen brut irgendetwas anderes was ist das wasser schmeckt komisch dieses wasser schmeckt komisch und zudem runter gehen ok 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 gut wir wissen was wir zu tun haben ok es geht nur für eine kurze zeit auf wird wird echt scheiße aber so ist das nun mal ok gutes wurzel und weiter geht's was ist das ok ok gut tschüss da kommt mir nicht drüber die dunkle brut ist durchgekommen ich muss unsere leute in der himmels feste um rat fragen ja da die katar war ich sagte auch nicht dass ich da unbedingt lang gehen will er kann mich nicht weg bewegen ist das die dunkle brut da drüben ja und sie kämpft gerade gegen dings ok das hat sich erledigt dann stelle ruine gehen wir hier hin können wir nicht reisen solange wir im kampf sind ist das dann können wir jetzt reisen nein okay gut daneben aber okay ja sehr gut kämpft gegen die gut gut super ja 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 mal wieder typisch und tapp okay glaube nachdem sollten wir alle gut das ist ja noch ein aber nicht angreifen nicht angreifen ich will einfach weg eigentlich sollten wir nicht mehr im kampf sein aber reisen geht nicht was machen die nein ich will nicht gegen die ok jetzt aber immer noch recht so dass art da drüben und sie sind ja kaum gut reisen und weiter geht's gut von hier aus gehen wir dann hier geradeaus also noch ganz geradeaus aber das sollte gleich hier unten sein ist das der gut gut und weiter wir haben es gleich geschafft gut ist abgeschlossen ja hallo mein freund ist schön dich zu sehen und so okay da es hat ja doch zwei questmarker ich dachte wir müssen zwei von denen besiegen aber gut so geht's auch gut dann auf zu diesem hier und bevor ich es vergesse wir sollten noch da bei dem da ich habe informat so hof und gegenstand herstellen gut wandtepper ja und traurige waffe ja gut und jetzt zu unserem freund da unten hallo mein freund was war das oh herr kollege was kann ich für euch tun ich habe die drachenspuren gefunden ich habe in der gegend verschiedene hinweise auf drachen gefunden das ist ja wunderbar mein freund ihr habt die kadaver nicht zufällig untersucht oder na egal ich sehe sie mir später selbst an heilige andraste nach allem was ich sagen kann zieht der drache nach osten und wird als nächstes durch die wüste streifen allerdings wimmelt es im jagdrevier des drachen von schurken weiß krallen plünderer sie haben das gebiet weiß der erbauer warum mit fallen gespickt fürchterlich okay nachforschen seid ihr hier draußen sicher erzählen wir von diesem ort erzählen wir von euch ja das können wir alles schon gut wir müssen unsere unterhaltung wohl vertagen ein bisserhof ja hier verschärfte schärfere weiß krallen okay so stürz ah ja das waren die fallen gut aber bevor wir das machen vielleicht gerne in die stürmküste äh ja stürmküste gut wir müssen wir erst wir reisen zurück und zwar aus dem einfachen grund wir haben ja ein paar aufträge die wir machen müssen verwandte Wanne oder Säuber um gegnerische Barriere zu entfernen ja gut wir haben ja ein paar aufträge zum beispiel hier wegen nachfragen äh die alte sprache verstehen wegen drachen und so ich weiß nicht ob das zusammenhängt oder ob wir das sowieso machen müssen bevor wir den drachen bekämpfen ob das einen vorteil gibt und so weiter und so weiter und so fort oh und äh ja über die leute rechten müssen wir ja auch noch ah verdammt ähm ja machen wir gleich auf den weg und mit josephine nach Valroyo und 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 aber gut mhm 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 so aufwerten äh ok trainingsring lazarette eine optische aufwertung die das versprechen der inquisition zum ausdruck bringt alle jene willkommen zu heißen und zu beschützen die ihre unterstützung suchen oder eine optische aufwertung die zum ausdruck bringt dass sich die inquisition der rekrutierung und ausbildung ihrer soldaten äh verschreibt verschreibt damit alle die kämpfen die kämpfen wollen auch bestmöglich drauf vorbereitet werden warum nicht beides verdammt warum muss man sich entscheiden lazarette soviel ich weiß ist das eine kranken station also kann unumkehrbar ja kranken station kervis bringt sonst und wo ist diese kranken station wenn ich fragen darf ok mhm hallo krepp inquisitor fallen euch noch andere aufgaben für die sturmbullen ein im moment wüsste ich nichts aber falls mir etwas einfällt lasse ich es euch wissen gut sehr schön wir unterhalten uns später also wir reden noch kurz mit allen leuten die wir hier gerade so haben ja es war nett mit euch zu reden boss ja bis auf hallo boss und schönen Mittag zu reden boss haben wir nicht viel geredet aber ja ja der war hier eine andere unsere inkarnation hat etwas neues gekrätselt ich glaube die bartin macht mich an das licht ist gruselig sicher das wäre vorerst alles so und oh das hätte ich fast vergessen vielleicht weiß coal etwas heißt coal oder ja hallo coal Vertraut niemals einem halben Elfen Was? Wir unterhalten uns später Woher wisst ihr das? Weil ich sage Gut Also das hatten wir Das wäre sehr Cassandra, meine Geliebte Wie geht's dir? Nein, auf bald Oh, zu Vivienne müssen wir Natürlich auch noch gehen Oh, wie konnte man Das was vergessen Ja, sehr schön Danke Gut Hallo Ich habe gerade etwas Zeit Was kann ich für euch tun? Vergesst es Man sieht sich Moment Ist das Erzdemon? Ist das der Erzdemon? Sieht ungefähr so aus Gut Und ja Machen wir das auch noch gleich Und was ist das? Urteil Ja, ja, ja Urteil, Urteil Wer gefällt? Bürgermeister Gregory Dedrick aus Kammwald Ist hier, um sich für den Verrat an den Bewohnern seines Dorfes zu verantworten Er hat gestanden, vor zehn Jahren Altkammwald überflutet zu haben Um mit der Verderbtheit infizierte Flüchtlinge und Dorfbewohner zu töten Der Bürgermeister behauptet, er habe es getan, um den Rest von Kammwald zu retten Allerdings ist seine Aussage alles, was wir haben Dann soll er es sich erklären Das passiert nicht Das passt nicht zusammen Und das rechtfertigt nicht seine Taten Dann soll er es sich erklären Okay Falls der Bürgermeister irgendetwas zu seiner Verteidigung zu sagen hat, kann er jetzt sprechen Es gibt keine Heilung für die Verderbtheit Und doch konnte ich niemanden davon überzeugen, ein krankes Kind oder einen Ehemann zurückzulassen Also habt ihr die Erkrankten an einem Ort zusammengetrieben und Altkammwald überflutet? Und dabei sind keine Unschuldigen ums Leben gekommen? Beinahe jeder im Dorf war von der Verderbtheit infiziert Ich schwöre es euch Habt Gnade Ich konnte den Überlebenden nicht erzählen, dass ich ihre Familien ertränkt habe, um sie zu retten Ich konnte es einfach nicht Er verdient einen sauberen Tool Das Beste, was mir bleibt, ist das Exil Töten will ich nicht Pharrell soll in ein Kerker Ja, dann verschmort er in der Hölle Also schmort er in einem Kerker Ich würde sagen Das Exil, das ist das Beste, was Ja, er versteht seine Hintergründe hier Ihr habt hinsichtlich eures Verbrechens zehn Jahre lang gelogen Und seit dann, nachdem ihr eure Schuld eingestanden habt, geflohen Für diesen Versuch, euch der Gerechtigkeit zu entziehen, werdet ihr aus Pharrellden verbammt Ich glaube nicht, dass die Krone etwas dagegen hat Ich wusste, euer Auftauchen würde auf die eine oder andere Weise das Ende bedeuten Hätten wir ihn töten sollen? Aber so kann er irgendwo anders ein neues Leben führen Okay, und nochmal, wie es scheint Herren Paulin aus Sarnia ist angeklagt, den Roten Templern in den Dales Unterstützung und Beihilfe geleistet zu haben Sie hat ihnen gegen eine ansehnliche Summe einen Steinbruch verkauft Indem sie durch die Versklavung von Dorfbewohnern Rotes Lyrium züchteten Der einzige milderne Umstand ist Dass Herren Paulin Vorräte beschafft hat, um die verbliebenen Dorfbewohner zu ernähren Zumindest meinte sie es gut Sie kann sich verteidigen, es ist keine Entschuldigung Okay, zuerst einmal, sie kann sich verteidigen Wenn ihr eure Absichten erklären wollt, bitte Mein Verbrechen war, dass ich die Lage falsch eingeschätzt habe Der Verkauf meines Landes sollte in schweren Zeiten für Wohlstand sorgen Und doch habt ihr weiterhin Geld von den Roten Templern genommen Auch als ihr schon wusstet, was sie den Leuten angetan haben Warum auch nicht? Ich habe damit die verbliebenen Dorfbewohner ernährt Ist das denn nicht genug? Ihr fragt euch, ob Gier oder Notwendigkeit mein Antrieb war Wie schätzt ihr mich denn ein? Ihr könnt gehen, nein Ich nehme euer Geld, nein Sie sollt das Dorf wieder aufbauen Lasst sie für uns arbeiten Ja, wie sie sagte Sie hat es falsch eingeschätzt zuerst einmal Sie dachte Wie sie schon sagte Sie wollte Ihr Land verkaufen Um das Dorf zu helfen Damit Wohlstand Dann kam heraus, dass die Templer Also die Roten Templer Scheiße bauten Und so hat sie weiterhin das Geld von ihnen genommen Damit sie den restlichen Dorfbewohnern helfen konnte Mit Essen Und gab die Kranken und Schwachen Sozusagen die, die nicht wirklich noch lange zu leben hatten Als Austausch Denn es gab keine andere Möglichkeit Hätte sie sich geweigert Hätten sie einfach alle genommen Und es wären alle anderen Deshalb sage ich Sie soll das Dorf wieder aufbauen Ich bin ein Freund der zweiten Chance Also bei Leuten, die auch Reue zeigen Bei Leuten, die eigentlich nichts Böses damit wollten Bei Leuten, die keine Reue Oder keinen Bedauern zeigen Für die Taten, die sie gemacht haben Dann habe ich eigentlich keine große Freundlichkeit übrig Bei denen schlachte ich sie gerne Eigenhändig ab Aber gut Dann gehen wir Moment, da sind die Quartiere Gut Hallo Und weiter geht's Wir werden Noch schnell bei Aufträge Die alten Aufträge annehmen Also die, die wir In Auftrag gegeben haben Oh ja, stimmt Ja, stimmt Ein Punkt Was haben wir hier Harklasflasherin Bessere Technik Bei der Glasherstellung Ermöglicht die Festung Widerstandsfähiger Die Fertigung Widerstandsfähiger Gläschen Wodurch mehr Tränke gleichzeitig Gefahrlos mitgeführt werden können Ein Exklusives Training Nein Okay Beziehungen Wackelloser Ruf Anspruchsvolle Kunden Eine gewitzte Verhandlungstaktik Wird es Einkäufer Die Inquisition Ermöglichen Eine Lieferung Äußerst seltener Hochwertiger Materialien Für deren Handwerk Zu erwerben Einmalig Also Seltene Bestände Ich weiß Ich habe keinen Händler gefunden Der mir Bestände verkauft hat Ebenso seltene Und wertvolle Rührstoff Material für die Handwerk Zu Also Kann das Einmalig sein Nur das Beste Vervorzugte Kundschaft Seltene Ware Gewährend In der Hoffnung Dass sich die Inquisition Dazu herab lässt Ihre Geschäfte Abzuboten Schicken Sobald sie Besondere Angebote Haben Das könnte Von Wert sein Das hier Rabatt Auf ihre Waren Ja Dafür müssen wir Beides Machen wir das Oder Aber Geheimnisse Was haben wir Perfekte Steckling Adlerauge deutlich höher Erweiterte Studie Und erfahrene Kräuterkundler Welche Stufe Haben wir Keine Ahnung Von Truppen Reithaltung Und das ist mir egal Fokus Das Für mehr Fokus Mehr Fokus Mermude Mermude Mehr Heiltränke Das wäre vielleicht Etwas Und die hier Sind egal Ich probiere es Mit Die Hände Zuerst mal Rabatt Welche Stufe Haben wir eigentlich Inquisitions Aber man sieht Nichts Welche Inquisitionsstufe Wir haben Oh Scheiße Gut Moment Fragezeichen Hier Wollte eine Gelegenheit Andersfels Beil Das lief doch ganz wunderbar Diese Wunderwürdenträger Diese Würdenträger aus Orles Wollten natürlich am liebsten Alles bekommen Und nichts opfern Aber ich habe ihnen Diese Flausen ausgetrieben Wenn sie unsere Unterstützung Beim Wiederaufbau Der vom Krieg Gebeutelten Dells Wollen Müssen sie unsere Spionen Ehrfurcht erweisen Und sicherstellen Dass alle Truppenbewegungen Und Handelsbemühungen Der Inquisition In den Dells Höchste Priorität genießen Es war lediglich Eine kurze Verhandlung nötig Und einige Verschleierte Drogen Sie schicken einige Wirklich nette Geschenke Um zu zeigen Dass sie ihre Anwesenheit In der Himmelsfeste Zu schätzen wissen Das Konsortium Wird dafür sorgen Dass unsere Bemühungen Geld zusammen In der Zukunft Deutlich einfacher verlaufen Josephine Hm Sehr nett Ist das Den Bewohner von Helfen Das könnten wir Nachte alles Was glänzt Moralverbesserung Metalle sammeln Das ist nur sammeln Gut Was haben wir hier Tarrentext Übersetzen Das wird sofort Gemacht Okay Botschafterin Mundili Ich habe Ich habe Ich habe Über euren Letzten Brief Nachgedacht Und da ich Euren Nach dem Zwischenfall In Cumberland Eine Gefälligkeitsschulde Mach Mich nach etwas Umzusehen Das Euch bei der Lösung Eures Mysteriums Helfen könnte Ich habe Einen Geschäftsfreund In Minra Toos Dessen Bruder Im Altertumsrat Des dortigen Zirkels Arbeitet Für die ein oder andere Gefälligkeit wäre er wohl bereit Euren Text zu übersetzen Ich muss euch allerdings warnen Es dürften recht teure Gefälligkeiten sein Andererseits ist das wohl eure beste Chance Hochachtungsvoll Baron Maxwell Wansrand Eine Gefälligkeit für den Freund Eines Freundes Er ermöglicht die Übersetzung Des Manuskriptes Durch Einen Experten Jo Gemacht Aha Was steht da Neues Gebiet Freigestaltet Neues Gebiet Hochgeschätzte Botschafterin Montelier Anbei Übersende ich euch die vollständige Übersetzung Eures faszinierenden Manuskriptes Das unsere Scholaren auf die Zeit vor der ersten Verderbnisse datieren Der Dialekt hat in der historischen Linguistik für ziemlichen Wirbel gesorgt Der Altertumsrat wurde die Zusammenarbeit mit der Inquisition gerne vertiefen, falls ihr auf weitere in Tevene verfassten Dokumenten aus der Zeit vor der Verderbnis stoßen solltet Mit freundlichen Grüßen Die Schwefelgruben machen ihnen weniger aus als uns und wir vermuten, dass sie von der anderen Seite kommen. Unsere Truppen können eine Brücke über die Gruben bauen, damit wir diese sicher durchqueren und die dunkle Brut aufspüren können. Allerdings brauchen wir für die Zeit der Bauarbeiten beträchtliche Ressourcen, um die Sicherheit der Männer zu gewährleisten. Gut, der Bau einer Brücke in dieser verfluchten Gegend wird kein Spaß, aber ich kann genug Leute abstellen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Kommandant Kallen, dank der Verstärkung, die ihr geschickt habt, konnten wir die Brücke mit minimalen Verlusten bauen und gegen die dunkle Brut befestigen. Letztere kommen aus den Ruinen, die teventerischer Ursprungs zu sein scheinen. Gemäß euren Befehlen habe ich meine Männer angewiesen, sich auf Patrouillen zu beschränken, bis die Ruinen untersucht werden können. Leutnant Thamsen Gut, was ist das? Überquerung der Schwefelgrube. Wasserquelle für den Vorposten sichern. Das Glänzte, das alte Labor untersuchen. Was ist das? Ja, 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 genau schon. Überquere der Schwefelgruben. Kommandanten, wir haben eine erste Materialschätzung für den Bau einer erhöhten Brücke über die giftigen Schwefelgruben in den Westgraden vorgenommen. Wir werden zehn unserer Ingenieure und sechs Wagenladungen Bauholz brauchen, um die Brücke fertigzustellen. Allerdings würde sie unsere Truppen erlauben, das Gebiet in sicheren Entfernungen zu den giftigen Gasen zu durchqueren. Hautmann Rice Also, ein Wort kommt von Val Fermin und wir können eine Brücke errichten lassen. Oder, wenn ihr wollt, errichte ich eine Brücke. Unsere Soldaten werden den Bau persönlich überwachen. Wir machen uns mit unseren Soldaten. Es kostet beides gleich viel, es hat wohl keinen großen Unterschied. Nur, dass ich nicht gerne in der Schuld der Adeligen stehe. Inquisitor Unsere Vorposten in der Griffumflügelfeste melden, dass unsere Soldaten den Bau einer Brücke über die große Schwefelgrube in den Westgraden ohne Zwischenfelder abgeschlossen haben. Damit können wir in bis dato unzugängliche Regionen der Westgraden vordringen. Ihr könnt euch bei euren nächsten Reisen in die Region selbst davon überzeugen. Kallen Nein Gut, was ist das? Nicht alles, was glänzt. Der Labor. Wasserquelle für die Vorposten Die Griffumflügelfeste verfügt zwar über Wasserreserven, allerdings reicht diese nicht aus, um den Vorposten dauerhaft zu versorgen. Die Lage ist nicht verzweifelt, aber wenn wir uns in den Westgraden halten wollen, braucht der Vorposten Zugang zu frischem Wasser. Wir sollten schnellstmöglich eine verlässliche Wasserquelle finden. Das sollte oberste Priorität haben, entsenden wir einige Soldaten, um eine Wasserquelle für den Vorposten zu finden und zu sichern. Der Vorposten braucht frisches Wasser. Einige unserer Spieger sollten in der Westgrade nach einer verlässlichen Wasserquelle suchen. Und ohne Wasser kann sich der Vorposten nicht halten. Wir könnten einige Spieger nach einer Wasserquelle suchen lassen. Wir nehmen Kallen, der ist am schnellsten. Nun denn, nun denn. Aber jetzt zuerst einmal hier. Den Bewohner von Scharnia helfen. Herrin Paulin wurde dazu verpflichtet, die Bewohner von Scharnia mit Hilfsgütern zu versorgen, da diese unter ihrer Allianz mit den Routentemplern am meisten zu leiden hatten. Sie hat bereits Vorräte für die Stadt gekauft, braucht aber die Hilfe der Inquisition, um sie flussaufwärts nach Scharnia zu bringen. Der wäre schnell... Äh, nee. Die Gelder in Orles sind auf diesen Steinbruch angewiesen. Ich werde an ihren Geschäftssinn appellieren. Vielleicht leihen sie uns dann Boote, damit wir die Vorräte flussaufwärts schaffen können. Das wäre gut. Ich könnte einige unserer Kuriere dafür abstellen. Besser, die Hilfsgüter können nach und nach an, als überhaupt nicht. Nee, wir machen so. Wir stehen euch zu Diensten. Gut, das ist gut so. Das alte Labor untersuchen. Das alte Labor untersuchen. Nightigal. Nachtigal. Sorry. Die letzten Venatori haben das alte Laboratorium nach dem Angriff des Inquisitors verlassen. Gewiss haben sie dabei Geheimnisse zurückgelassen. Geheimnisse der Venatori, der alten Veteraner oder beides. Wir sollten nichts zulassen, da sie von der Wüste begraben werden. Fischer. Aha, aha. Okay, das passt eigentlich perfekt. Er hätte sowieso nicht gekonnt. Es gibt Scholaren der Kirche, die darauf brennen, diese Ruinen zu sehen. Wir könnten gleichzeitig Artefakte bergen und uns ihre Dankbarkeit sichern. Oder wir haben Emissiere, die sämtliche Fällen entschärfen und alles von Wert bergen können. Nehmen wir sie. Gut, das passt gerade perfekt zusammen. Nicht alles, was glänzt. Wir haben Berichte über eine verlassene Goldmine in der Hügel südlich der Griff- und Flügelfeste erhalten. Die Anwohner dort sagen, die Mine sei noch nicht erschöpft. Sie wurde nur aufgegeben, weil die Gefahr von Angriffen durch die dunklen Brut zu groß wurde. Wenn wir Soldaten schicken, um die Mine selbst und den Weg zur Feste zu sichern, dürfte das unsere Einkünfte deutlich erhöhen. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Und hier? Moralverbesserung. Kommandant, unsere Arbeit in den Westgraden geht gut voran. Es ist ein schwieriger Posten, aber unsere Soldaten sind entschlossen, die Inquisition so gut wie möglich zu vertreten. Die Moral ist nicht sehr gut, aber wir kommen zurecht. Hauptmann Ryle. Eine Frau als Hauptmann, wäre es dann eine Hauptfrau? Was war dann noch? Stoffsamt? Nein. Der Rest ist alles abgeschlossen. Gut. Jetzt noch schnell bei Feralton vorbei. Es gibt ja hier ein paar Sachen, die man annehmen sollte. Was ist das? Berichte über Aktivitäten. Die dunkle Brut. Okay, hier. Die Rote Jenny. Die Rote Jenny und die Tante Weile Scharade. Ich habe einige der Milizen benachrichtigt. Die Händler, die, ob wissentlich oder nicht, hinter den Venatori-Karawanen steckten, haben dadurch nun nahezu jegliche Ansehen verloren. Die Rote Jenny Scharade beobachtete, wohin es sie verschlägt. Belohnungen erhalten? Nichts. Und Schatten über Denerim. Inquisitor, nun, das war erfrischend. Eine offene Schlacht mit als Kuchenhilfe getannten bösen Magiern, fliegenden Feuerwehren und funkelnden Schwertern. Wie in alten Zeiten. Ich werde fürs erste Nächte mehr essen, was aus dieser Küche kommt. Das könnt ihr mir glauben. Ob sie mich vergiften wollten? Diese verfluchten Kutisten. Jedenfalls bin ich der Inquisition sehr dankbar. Ohne euch hätten wir sie niemals gefunden. König Alas... 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 Terran. Oh. Stimmt. Das war ja das mit dem Bla-Bla-Bla etc. etc. Gut. So, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Oder wartet? Vielleicht etwas Neues? Das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.